Okay, ihr wollt euren Käpt'n aufhalten? Dann vergrault ihm seine Kunden. Heute werden Diamanten von seinem Schiff abgeholt. Stoppt den Transport, dann sitzt ihr hier fest. Leitet zuerst den Transport um, indem ihr die Brücke vor uns spreckt. Ich fahre mit dem Boot schon mal rum, damit ich aufpassen kann, okay? Bla, 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 gehen wir! Der Fly hier wieder nur am Rummaulen? Ja, willkommen zurück bei Far Cry 3 Online-Koop-Mission. Die nächste Mission steht an. Gehe zum Zugdepot. Ich hab ein bisschen Sit-Ups gemacht, weil ich bin ja sowieso so fett. Ich muss da ein bisschen abnehmen hier, damit ich euch mithalten kann. Ach, gib doch zu, du willst mir einfach nur imponieren. Ich sag da jetzt nix zu. Oh, Mann. Wisst ihr, wie wir jetzt ne richtige Schwierigkeit hinkriegen? Ich laufe jetzt rückwärts. Im ganzen MP. Ach so, ja, okay, dann mach das mal. Das wird dann schwierig mit dem Treffen, ne? Der Glitter. Ne, der hat Bumerang-Projektile. So, ich hab auch hier ne neue Waffe jetzt mal. Fällt mir grad aus. Was hast du denn? Das ist dieser AK-47, glaub ich. Ne, das ist der MP5. Achtung, hinterher! Achtung! Wir waren es doch unterhalten, du Sack! So, äh, ja, doch mal, so, du hast ne MP5, ja. Ja. Okay. Ach so, ne, ähm, ja, genau, ich hab ja die, ähm, genau, MP5 und, äh, ne 4-4-Ticker-Magnum. Okay, ich hab mich vertan. Ne Magnum? Mit Wandeln? Boah, jetzt ein Magnum-Eis. Ach so, ich soll ja keine Werbung machen. Ach, da unten, ach ne, der ist tot. Hä, wo sind die? Ach, komm, wo, 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 wo? Hier, hier, hier! Ja. Ich hab, ich hab sogar keine mehr, das, äh, trifft sich ganz gut. Ich hatte auch keine. Meine Spatznamen. Und hier liegt ein Gewehr, aber das will ich grad nicht haben. Ja. Und, äh, für die, die vielleicht später zugeschaltet haben, wenn ihr links auf die Namen klickt, könnt ihr das Let's Play hier auch, das Let's Play Together auch aus den anderen Perspektiven anschauen. Genau. Stimmt! Immer schön aus allen Perspektiven gucken, damit ihr auch keine Action verpasst. Ganz wichtig! Ja. Ja. Ich hab den nur noch fallen sehen. Das ist toll. Äh, Freunde, wir müssen Zugteile finden. Ach, eins ist schon gefunden. Ach so, okay. Hier ist Muni! Ist der Punkt? Ah, Munition. Der Punkt ist doch auf dem Zug gerade drauf. Ja, aber hier liegen irgendwo Teile rum, die nicht angezeigt werden. Ich hab's nicht so lange... Ach, da ist eins! Wieso kann ich denn jetzt trotzdem zu dem Zug hier gehen? Ich hab eins. Ich hab eins. Nee, du musst diese komischen, äh, Ersatzteile finden, die, äh, nach, äh... Ach da? Ja. Genau. Haben sie halt markiert und so. Jetzt hab ich's. Ich repariere den Zug, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Ja, ich... Ich, äh, stelle mal wieder meine Ingenieurskunst unter den Beweis. Mach du mal. Ich denk mal, es kommen hier dann 30 Gegner wieder an, ne? Währenddessen. Ich erhöhe auf 35. Okay, bis jetzt kommt keiner, dann repariere ich auch noch was mit. Das ist ne ganz. Ach, der fetter, los! Huch! Ich! Oh, Suizid! Suizid! Nee, lieber nicht. Suizial? Sozial? Äh, nee. Suizid eigentlich. Okay, jetzt kommen Gegner, Achtung! Äh... Ah! Upsi! Bam! Ja, gut, äh, Raison, du machst da hinten mal. Ich, äh... Ja, ich mach hier mal. Ach, die kommen alle von links! Alter Vater! Alter! Alter! Nein, nicht ganz besser, Mann! Wow! Oh! Und das bist du? Uh. Ohohohohohohohohohohohoh. Oh! 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 Ups! Scheisse! Habe ich dir den voll in die Nase reingeschossen? Achso, den wolltest du messern? Ja. Ah, Hilfe! Spitz! Nein! Spitz, das ist ein Messer, Hans! Oh! Ja, ich war zuerst mit dem Messer ran. Also die andere Waffe hat mir weitaus besser gefallen. Ja, ich glaube, die du jetzt hast, die platziert ordentlich, ne? Ja, richtig. Richtig. Genau, dann ist das nämlich die, die kenn ich. Ach! Das ist keine AK, ne? Das ist eine MP5. Ja, das ist eine MP5. Ja, ja. So, jetzt kommen sie schon vom Ballermann. Dachte, dass die AK irgendwie ausgesucht wird. Alter, die feiern richtig Ballermann-Party. Entschuldigung. Ballermann 6, ne? Ja, ja. Hier rechts am Gebäude ist einer. Alter, ich bin halbtot, ich bin halbtot. Ach, jetzt kommen die von die Waffen? Nein! Ich wollte mich grad heilen und dann... Ach, so ein Messer... Nee, der hat so eine Waffe in der Hand. Ich weiß nicht. Achtung, die kommen von hier unten immer noch. Äh, Strand? Strand oder Strand? Ja, ja, Strand. Okay. Rechts am Gebäude, Achtung. Rechts am Gebäude? Ja. Vorsicht. Hier ist keiner. Welches rechts? Nein! Das andere... Nö! Achtung, hier ist ein Feuerarsch. Äh, ja. Äh, belebt mich wieder. Ich hab die richtige Knarre für den Feuerarsch. Ja, ich auch. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier beim Gebäude Richtung Strand. Ja, hier sind überall Messertypen, ist das Problem. Hilfe! Achtung, Feuerarsch! Wow! Hilfe! Vor dir! Nein! Schnell belebt mich wieder. Nein! Achtung, Besserhands! 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 Ach, er klebt wieder. Pass auf, hinter dir! Hinter dir! Was? Ach, wo? Ach, äh. Ey, was geht hier auf? Hilfe, ich werd immer noch geschossen hier. Ja, von hier hinten. Äh. Klingt gleich gut. Danke. So, der ist der ist. Der macht ja auch seine Gymnastikübung, wach. Da unten. Ja, ich bin tot. Ist das gut? Äh, sehr gut. Hier ist noch einer, warte mal, hier ist noch einer. Ist doch noch irgendwo einer. Du Drecksack, wo bist du? Der sieht mich ja auch nicht. Okay, mache. Das Munition, glaub ich. Bam! Ja, gut. Angeber. Ähm. Munition. Ne, brauch ich grad. Doch, brauch ich eigentlich schon. Aber, ne, Sprengstoff brauch ich. Ich hab gerade, äh. Ach, scheiße. Wir haben den Zug nicht erspart. Was jetzt mit dem Zug? Dann fährt er nicht weiter. Ach. Wir müssen in den Tundel. Ach, wir müssen in den Tundel. Ach, durch Quere den Bahntunnel. Okay. Freund, ich brauch... Ah, Sprengstoff, hat sich erledigt. Hey, hier ist Sprengstoff! Ne, falls jemand sprengt... Okay, brauch keiner. Äh, hier in der Hütte. Da. Äh, ne, ich hab noch... Gut, wenn sie alle haben, dann... Oh, misteriöse Höhle. Ja, jetzt kommen wir wieder nicht weiter. Super. Oh, Mensch, ich dachte jetzt wird's hier spaßig. Also, ich will mir erst mal wärmen. Ah. Warum komm ich nicht? Ihr, ihr drückt mich wieder aus dem Tunnel raus. Ah. Oh, wir sind mal hier gelandet. Mitten in so einer... Tunnelhöhle. Komm, komm. Brücke. Auf dem richtigen Weg. Voll. Okay, also sind wir schon mal nicht falsch. Das ist gut. Ein Zeichen von dem Konvoi, aber... Meine Babys hier haben wohl ein paar Freunde angelockt. Tut mir einen Gefallen und vertreib diese Arschlöcher. Aber gerne doch. Mit Freude. Ach, wir müssen jetzt snipen, aber... Ah, ne, da bin ich total mies. Ah, ich hasse das Sniper. Ah, das kann ich sehr gut. Ja, ich auch. Und gleich kann ich's nicht, pass mal auf. Hier ist keiner. Bei mir ist schon einer, aber der Rekord weg ist das Problem. Hä? Ich seh... Zack. Ja, ja, und du hast gerade... Warum sehe ich denn keinen? Ach, da rechts kommen sie alle. Ach, rechts. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nach, nach. Mensch. Lade nach. Ist nicht getroffen. Hä? Ach, da in der Hütte drin. Boah, ich... Ey, diesmal kann ich's doch nicht gut, glaub ich. Ja, das... Boah, ich hab den durch die Beine geschossen, geil. Du hast den getunnelt. Ich hab den getunnelt, ja. Boah, war auch der lange zum Nachladen. Ja, ne? Es gibt ja auch diese geilen Snipers, wo du eigentlich die ganze Zeit weiter zielen kannst und der lädt dann halt dann nebenbei nach. Ich find' ich geiler. Das ist ne Fähigkeit offensiv, ja, die ist aber noch nicht fast, glaub ich. Ach so. Ich... Ach so. Ey, das war meiner. Panzerfaust? Wo ist ne Panzerfaust? Wo ist ne Panzerfaust? Boah, alter. Bist der nachgeladen, dann haben wir neuer, ey. Ach, da war einer. Mist. Mal ne Frage, muss man fürs Luftanhalten die ganze Zeit die Taste gedrückt halten oder reicht mir, wenn die einmal drückt? Also, ich mach's einfach. Einmal drücken, bis das halt vorbei ist. Ach so, ich drück die ganze Zeit? Ey, das gibt's doch gar nicht. Schade, nicht getroffen. Da rechts kommen wieder einige. Yeah. Alter. Junge, dass es nur reinstecken gut ist. Verdammt. Nein. Ah, wenigstens Assist. Och, jetzt lädt der wieder nach. Yeah. Das... Ach, Mann. Was hast du vorhin gesagt? Du kannst nicht snipern. Ja, ich kann das nicht. Das war ja. Ja, das war nur ein Punkt. Oh ja, ähm. Das ist schon gewesen hier anscheinend. Äh. Äh. Ich bin aber auch flott. Weiter. Weiter. Ich kann grad nicht bereit. Ach doch, jetzt geht's. Also, falls sich jemand über meinen Namen wundert da draußen vor den heimischen Fernsehbildschirmen, das ist noch mein ganz 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 alter Name. Den konnte ich leider nicht mehr ändern. Der Mann hat absolut recht. Ja, das geht, äh. Bei mir gilt das auch. Äh. Bunga-Chan bin ich. Für die, die es nicht wissen. Kann ich gleich natürlich auf YouTube. Äh. Ja, und für alle, die sich bei mir fragen. Also, hier steht RaisonLP und ich heiße auch so auf YouTube. Ja, und ich, äh. Bin hier, ja. Wie gesagt. Fighter 9x0 und ich bin aber der Patrick auf YouTube. Alter. Der tote Patrick gleich. Du bist der Pat. Ne? Der Pat. Also von, von Patting abgeleitet. Oh, noohohohohohohoho. Ähm. Was hier in die Sprenge? Panzerfaust? Achso, ne, äh. Wo sind denn hier die… Gieß du schon mit dem Sprengsatz dahin? Wie wäre es, wenn du uns Bescheid sagst? Ja, ich mach mal so ein bisschen. Zwischenarbeit, ne? Ja, ist ja. Achtung, soll da hinten kommen welche? Ach, warum hab ich meine Sniper jetzt nicht dabei? Mann. Toll. Ach, der lebt noch. Ja, ich hole mal das nächste, ne? Ja, mach mal. Ja, mach du mal. Hoff einfach mal, dass von hinten keine kommen, ne? Okay, hier kommt ein Hund. Ja, egal. Hunde tun uns nix. Nein, Moldi, Mann! Okay, was war das denn? Lebst du? Oh, du kriegst eine Geselle. Hund, 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 Hund. Ja, das, äh, du kriegst das viel vorhin. Das ist ein größtes Sackgesicht. Was war das denn? Ich hab doch grad nachgeladen. Achtung, Panzerfaust-Typ. Da kommt ein Schuh. Panzerfaust, Achtung! Oh, es ist heiß hier, es ist heiß hier. Freunde, es ist heiß. Ja, weg ist er. Hund! Alter, Alter. Äh, wei, 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 wei. Ach, da ist auch noch einer. Guten Tag. Ich lauf mal schon mal zur Brücke. Ich lad mal nach. Ja, ich versuch dir mal den P-P hier ab. Einer vor mir an der Brücke. Ja. Ja, super, keine Munition mehr. Ja, hier ist Munition übrigens. Ach, schön zu wissen. Direkt, wenn du von der Brücke kommst, rechts. Der ist... Die guten Razern hier zum nächsten Punkt. Ja, ich kümmere mich mal hier... Um den Rück... Ja. Ja, ich kümmere mich mal hier. Das hat ja wieder am besten funktioniert. Äh, ja. Sie kommt von der Brücke. Eins, zwei, drei Leute. Das nicht nochmal. Ja, und da kommt, äh, ne RPG und, äh, überhaupt. Und ich lebe wieder. Das ist sehr freundlich. Wo war hier Munition? Äh, hier. Direkt hier. Da, 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 da. Ach, da. Auah. 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 Wo kommt... Wo ist der? Die kommen aus allen Richtungen, Freunde. Auah. Der hat ja voll getroffen, ey. Wo ist der? Entschuldige mir, der ist egal, wo der sitzt. Der ist oben. Oben, auf den, in den Büschen da. Wir sollten zusammenbleiben. Da stehen die auch. Und die kommen... Ah, okay, Razan ist schon da. Wunderbar. Oh, wir verlassen das Gebiet. Ja, du verlässt das Gebiet. Ach, da oben ist einer. Ja, ja, genau. Die kommen daher. Einen habe ich, aber das war, glaube ich, nicht der mit der RPG. So, ich habe auch einen. Aber ich weiß auch nicht, welcher das war genau. Da hinten ist... Ne, der ist tot. Ach, hier vorne ist auch noch einer. Ja. Ich glaube, die werden mittlerweile auch ein bisschen besser gepanzert sein. Ja. Aha, okay. Razan nimmt sich die nächste Sprenger. Kanüle. Ja. Und ich gucke mal, dass ich dich hier so ein bisschen rette. Okay. Ich bin auf der Brücke und schieße Leute ab. Ja. Uah. Uah. Alter. Gut, dass ich einen Panzer habe. Ich kann das voll leicht wegstecken jetzt. So, RPG ist down. Und hier ist noch irgendwo ein Typus. Der aber... Alter, der aber auch down ist. Ach, da hinten ist noch einer. Sehr schön. Ja, hier ist Ruhe. So. Ich bin in den Zünder und jage die Brücke in die Luft. Ich vermute mal, dass der Zünder hier beim gelben Punkt ist. Ich muss gerade mal von der Brücke runter erstmal. Ja, komm, beide ich mal. Ich habe hier nämlich jetzt so ein Druckding. Ja. Zehn Sekunden. Oh. Oh ja, ich gucke mir das Spektakel mal von der Nähe aus an. Ich gehe auf die Brücke. Ja, lass... Und wieder den Rückweg abgeschlossen. Ja. Doch. Abgeschossen. Wunderbar. Wenn ihr euch vereilt, erreicht ihr das Dorf, bevor der Konvoi da ist. Geht durch die Höhle da vorn. Danach sollte es nicht mehr weit sein. Alles klar, durch die Höhle. Aber erstmal Munition und Sprengstoff. Genau. Nachladen und Munition nehmen. Sprengstoff habe ich. Okay. Habt ihr schon das coole Design von meiner Waffe gesehen? Das nennt sich Jäger-Mod. Guckt euch das mal an. Was denn? Das sieht aus wie eine Waffe. Das sieht aus wie Kotze, ne? Auf der Waffe. Ich sehe da nur einen roten Streifen auf dem Magazin, mir nicht. Den sehen wir nicht, weil ich. Seht ihr nicht das Design hier? Von meiner Knarre? Nein. Oh. Na dann. Also meine Zuschauer, ihr könnt euch das ja ansehen. Ich weiß, es sieht aus wie Kotze. Das müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Ja. Schreibt's bei ihm in die Kommentare. Wo geht's denn ja links lang? Okay, interessiert keinen. Hier ist noch Munition. Ich wette, jetzt kommen irgendwann wieder auch diese Kommentare. Oh, ihr seid so scheiße. Wartet, wartet, wartet. Och Mann. Ach so, was sindsch. Was ist denn da vorne los wieder? Ich wollte den Tankdown machen. Ach Mensch, muss ich die Super-Nanny wieder rufen? Oh, Granaten. Überraschungseier. Wuhu. Sehr schön. Alter, das geht so hoch. Pass auf. Bäm. Oh, Granaten-Chaos doch bei mir gerade. Geil. Bäm. Wohu. Hier gibt's nur noch so'n Seitenweg, glaub ich. Geil. Oh, ich sollte mir die eigentlich aufheben, weil hier kommen gleich Fettis, glaub ich. Äh, hier Feuerhasche. Hier ist überhaupt keiner mehr. Ah doch. Oh. Sniper. Ja. Wo seid ihr? Ich bin hier in so'ner Seite, äh, langgegangen. Bist du jetzt in die Seitengassen gegangen? Ja. Und wir sollten sie doch nicht mehr noch. Die schieben euch gerade alle tot und ich kann sie daher in Ruhe abknallen. Das ist gut. Also wir sind praktisch die Versuchkämlchen hier, ne? Die Lokvögel. Ja. Da oben ist auch noch einer. Wow. Hab ich. Wenn ihr euch... Ne, den mein ich nicht. Doppelkill. Na, wer sagt's denn? Munition an den Sprengstoff. Granaten-Chaos. Juhu. Doppelkin. Doppelkin? Doppelkill. Ach, kill. So Gott will. So Gott will, Doppelkill. Vor euch steht noch einer, ne? Wo geht ihr denn? Vor uns? Ja, jetzt sind wir weg. Alter. Achso. Bam, Kopfschutz. Äh, ich versteck mich mal. Oh, ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Da hinter dir ist irgendwo Munition, glaub ich. Ja. Rechts von dir. Ultra. Ach da. Ja. Ich hab doch ne Spritze. Das gibt's doch nicht. Da kommt noch einer. Ja. Die halten einiges aus mittlerweile. Ich hab nur noch ne normale Matrim hier wieder. Super. Bam. Ja, ich hab, ah ne, ich hab ja noch jede Menge. Ich muss noch mal nachladen. Ich glaub, da komm ich jetzt mal runter zu euch und verlassen meinen hier Entdeckerfotzen. Alter, ich bin hier nur noch auf Kopfschüsse verteilen, ey. Gebt doch nicht so an. Ach, die sind da alle in dem Dunkeln, den sieht man gar nicht. Ja, ja, ich steh hier bei Sprengstoff. Ich schmeiß jetzt nur noch Granaten da hin. Granaten Chaos. Hippie. Ich renn mal vor. Wo war denn hier die normale Munition? Äh, rechts ab dem Hügel. Wie komm ich? Ach da. Hä? Wow. Da ist doch noch einer. Bin ich blind? Doch nicht. Spritz. Hallo. Drängel mich doch nicht bitte weg. Hier sind Spritze. Ich kann keine Spritze nehmen, aber ich kann auch keine benutzen. Das ist auch sehr cool. Oh, ich kann auch keine Spritze nehmen. Scheiße. Ja. Hier ist übrigens Munition. Ich habe auch einen, aber ich kann sie nicht benutzen. Achtung. Haha. Äh. Da waren noch zwei. Mehr Munition. Wo ist denn Sprengstoff? Oh. Sprengstoff war weiter hinten, glaube ich. Ah, hier. Da rutscht. Achtung, Sniper. Ja. Feuerarsch. Feuerarsch. Ja, ich hab die richtige Waffe. Warte. Achtung, Granate beim Feuerarsch. Ich mach den Feuerarsch, Alter. Warte. Ohohohoho. Wo ist der? Ach da. Warte auf. Bäm. Uiuiuiui. Achtung, Sniper. Wo ist der denn? Ach da oben. Da hinten. Hedgeut. Ich sehe nicht, siehst du es nicht auf die Hau. Ja, ne. Jetzt bräuchte man ein Nachtsichtgerät. Ey, die seilen sich da ab. Noch ein Sniper, noch ein Sniper. Ich finde den gerade nicht. Da ist ein gebüscher Weg. Der ist irgendwo ganz oben. Ah, ja, ja. Ne, sehe ich nicht. Okay, gut. Da kommen die aus der Höhle irgendwie da hinten. Oben ist einer. Okay, Razor hat den. Boah, Alter. Wo bin ich denn die gerade? Ach du Scheiße. Wow, letzter Schuss. Jawohl, der ist down. No, ein Sniper. Was war das denn? Eine Granate. Ach so, okay. Aber die war auch der Reichweite von euch. Ach. Scheiße. Hilfe, 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 Mami. Oh, noch ein Sniper. Ja, den habe ich nicht. Da salzt sich einer ab. Der zielt auch schon auf der Seilrutsche. Der salzt sich hierhin ab, zu uns. Obwohl er Scharfschützengewehr hat, ey. Wie dumm muss man sein. Feuer, Arsch. Ach. Warte, ich habe die richtige Waffe. Ja, das sagst du jedes Mal. Ja, ich habe immer die richtige Waffe. Pass auf. BAM! Das war der Fels. Oh. Der Fels in der Brandung, ne? Oh, das war daneben. Ja. Ach, Mann. So. Das war ja mal actionreich hier. Da kommt ein Wasserfall, da muss ich mich mal waschen. Ja, hier riecht es auch schon streng. Ich wollte es nicht anmerken. Jetzt brauche ich mal einen Huni, so langsam. Tja, jetzt ist mal besser vorhin aufgesammelt, mein Freund. Oha. Ähm. Äh. So. Hat jemand ein Shampoo dabei? Geh mal runter. Ich sag mich mal ab, ne? Tschüss. Wo seid ihr? Erfolg. Durch die Dunkelheit. Ach, komm, ich spring jetzt auch einfach mal. Zum Tor in 8 Sekunden. Ich bin gestorben. Welches Tor? Zu welchem Tor müssen wir? Nee, nee, das dauert nur. Wir müssen alle hier zusammen sein. Ja, ich bin gestorben. Bist du da runtergesprochen oder was? Ja. Ich glaube, ich habe dich runtergeschubst. Ja, irgendwie war ich auf einmal unten. Ich weiß auch nicht. So, wähle Bewaffnung. Ja, es geht sowieso jetzt schon wieder weiter, also. Ja, ich habe noch 10 Sekunden, genau. Super. Ich nehme. Wir müssen jetzt wieder einmal unterbrechen für unsere Zuschauer. Oh ja, ich glaube auch. Ein Vollbräuschen. Aber das sehen wir jetzt natürlich noch an. Natürlich. Wir müssen beim Dorf sein, bevor der Konvoi eintrifft. Was schreit die Alte eigentlich immer so um? Ja, das bin ich. Ich habe hier, ne? Ich habe hier halt die Hosen an. Ja. Und besser wären, du hättest die Hosen aus, ne? Äh. Ich glaube, bevor das Niveau noch weiter sinkt, verabschieden wir uns mal, oder? Genau, ja. Was haltet ihr noch von? Ja. Bis zum Missionpart. Ich verabschiede mich mal, ne? Tschüss. Tschüss. Ja, äh. Tschüss. Ihr wartet auf mich. So. Okay. Jetzt wirklich, ne? Also, bis dann. Tschau. 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 Tschau.